Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute spielen wir mit Paw Patrol. Wir öffnen ein Set von Toys R Us mit Paw Patrol Jungle Rescue Explorer Set. Lasst uns auch die Rückseite sehen. Der Set beinhaltet die Figur von Mandy, von Zuma, Chase und zwei Dschungelautos. Jetzt öffnen wir die Schachtel. Das ist Chase, er ist ein deutscher Schäferhund. Er ist als erster zur Stelle. Zu seiner Ausrüstung gehört ein Polizeiwagen und ein Megafon. Er kann den Kopf und die Füße bewegen. Zuma, dieser braune Labrador, liebt Wasser. Er ist ein richtiger Rettungshund. Er kann seinen Kopf bewegen und auch die Füße sind beweglich. Das ist Mandy, die Affe. Das ist Zumas Luftkissenboot. Er fährt mit diesem aus Wasser und rettet sehr viele Personen damit. Das Boot hat auch Ventilatoren, die man auch wegnehmen kann. Es hat auch Rädern, damit man auf Festland auch gehen kann. Das ist Chase Polizeifahrzeug. Wie toll es ausschaut. Er benutzt es, rechtzeitig zu den Missionen anzukommen. Und Mandy zu spazieren. Lasst uns ein bisschen mit Paw Patrol spielen. Mandy! Mandy, wo bist du? Komm schon, Mandy! 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 Wo ist denn diese Affe? Mandy! 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 Mandy, bist du da? Wo steckt diese Affe? Mandy! Vielleicht hat Chase sie gefunden. Na, das war's. Sie ist nicht hier. Sie ist nicht in dem Wald. Ich habe überall gesucht. Ich habe sie auch nicht gefunden. Vielleicht ist sie in der Stadt. Dann gehen wir. Wo bist du, Mandy? Du kleine Affe! Wir sind angekommen. Hast du das gehört? Ja, war das nicht eine Affe? Mandy! Da bist du ja! Ja! Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss! Tschüss! Bis 20 Minuten.